gestatten august der starke ich lade euch ein mich zu besuchen hier in radebeul um es genau sagen auf der hof lösnitz in sachsen mich zu besuchen beim weinfest und beim großen festumzug beim 300 jährigen sächsischen winzer zug vom 2 bis zum 4 oktober ein riesiges dreitägiges spektakulum mit theater musik und natürlich wein über 1000 teilnehmer aus allen deutschen wein anbaugebieten sind hier zugegen 50 bilder werden dargestellt beim 300 sächsischen winzer zug mehr informationen erhalten sie unter www.hofflösnitz.de und ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020